Ich stehe jetzt neun Tage nach der Saat in meinem Feld und schaue mal, ob schon etwas vorkommt. Und tatsächlich sehen wir jetzt hier schon die ersten Plänzchen vorkommen. Also man sieht jetzt schon, wie die hier langsam kommen. Das sieht soweit gut aus. Ich muss jetzt das weiter gut beobachten. Zum einen wegen der Schnecke, zum anderen aber auch zum Kot. Um die Umwelt zu schonen, arbeiten wir eigentlich mit den extrem kleinen Mittelmengen. Und das bedeutet, dass wir lieber ein paar Mal überfahren, die dafür immer mit ganz kleinen Aufwandmengen. Damit die Mittel dann eben auch wirklich ihre Wirkung haben, ist es wichtig, dass man immer dann geht, wenn es überhaupt noch ganz klein ist. Und das Zweite, was wichtig ist, das Wetter muss passen. Also einerseits wird der Boden nicht zu nass sein, wegen dem Befahren und wegen dem Verklebern. Also dass die alles an den Geden klebt. Und zum anderen, auch für die Temperaturen, sollte es jetzt nochmal kalt werden. Nicht, dass ich dann meine Rüeben auch noch stressen mit dem. Es sollte nicht so viel schwinden, wie es jetzt gerade tut. Sonst habe ich ein Problem mit dem Abtreifen, also geht auch nicht. Äh ja, da müssen wir jetzt ein wenig ziehen, die nächsten Tage. Und ihr werdet sicher in den nächsten Videos sehen, was da nachläuft. 0 1 2